Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft Walhalla Folge 4 mittlerweile schon Ey guck mal es sieht zu geil aus, ich mit dieser Rüstung und diese Rüstung ist halt dieses Sixpack Sieht so lustig aus Okay, ja auf jeden Fall spielen wir heute weiter, ich weiß gerade gar nicht, wie wird der Tag? Ich glaube, oder? Naja Das Problem ist so ein bisschen Ich habe gesehen, dass sich da andere irgendwo auf diesem Berg oder hier Irgendwo in den Berg gebaut haben und hier Ja, jetzt dann leben wollen Das ist nicht so praktisch, deswegen gehen wir mal hier wieder ein bisschen runter Und gucken wir für irgendwo anders Weil es wäre ein bisschen unpraktisch, wenn wir da jetzt irgendwie auftauchen Weil, ja, die wären vielleicht nicht so erfreut Ich habe auch gar kein Essen mehr, wir müssen jetzt unbedingt irgendein Tier töten Weil, oh, ich will nicht schon wieder sterben Das ist saumens aber auch Ich habe mich übrigens dazu entschieden, jetzt hier trotzdem ein bisschen zu schneiden Oh ne, stimmt, hier war ja der Friedhof Oh Gott Ne, auf jeden Fall, ähm Ich habe mich dazu entschieden, hier trotzdem mal ein bisschen zu schneiden Hallo Ich weiß eben gar nicht, ob das irgendwas bringt, wenn wir die töten Weil ich glaube, die geben nur Leder, oder? Naja, egal Ähm, da ist nochmal so ein Ding Das sind aber voll viele Ah ne, das ist ein Wolf Oh Oder ein Hund, halt Ne, ist noch ein Wolf Haben wir Knochen? Alter, schade, das wäre jetzt so geil gewesen Direkt ein Hund Ja, wir müssen wir uns auf jeden Fall dann zulegen Okay, wir fahren hier auch nochmal so ein bisschen Seeds Ich habe auch gesehen In der Folge von, ähm Ach Wer ist der nochmal? Von Manu, genau Von Manu, ich habe gerade Genau hier diese Color Seed Was bringt dieses Color Seed? Das haben wir jetzt zum Glück auch Dann können wir das auf jeden Fall ausprobieren Und irgendwie Ah doch, ich wollte gerade sagen Habe ich hier kein Optifine? Natürlich habe ich Optifine Kuh Es tut mir jetzt leid, aber Ich würde gerne ihr Essen haben Danke Ach, ich kann es nicht mal mehr aufsammeln Scheiße, ey Was brauchen wir denn nicht? Ja, Granit Genau, wir haben jetzt ein Fleisch, wow Ha, echt nice Ich weiß jetzt nicht, wollen wir uns Trotzdem sowas wie eine kleine Blies bauen Jetzt fürs Erste Hier irgendwie, keine Ahnung, hier halt Weil, ja Dann haben wir trotzdem so ein kleines Zuhause Also ich glaube, das machen wir Irgendwie hier oder so Keine Ahnung Es muss ja nichts Großes sein Nichts Weltbewegendes, aber Einfach damit wir so ein kleines Zuhause haben So mehr so wie eine Kleine Zwergenhütte, sage ich mal Das reicht ja eigentlich auch Einfach damit wir halt wirklich auch unsere Items Mal so ein bisschen safen können Äh, ja genau So Okay, wir haben jetzt halt wirklich noch nicht so die Tools dazu Aber egal So Genau Ähm Ja, wie machen wir das jetzt Also sicher mal den Äh, die Werkbank können wir hier schon mal stellen Dann hier sicher mal noch den Oh Hä? Den Achso, der steht schon Lol Okay, wir können hier auch erstmal das Fleisch und die Kohle reinpacken So genau Das wird glaube ich Jetzt dann auch langsam Tag Genau Wir machen uns auch kurz eine Axt Glaube ich Also ne Ach scheiße Das müssen wir erstmal Haben wir noch Eisen? Ah ja, wir haben noch was in Stack Eisen Ja moin Wir müssen sowieso erstmal noch Holz von Hand abbauen So ein, zwei Blöcke Damit wir überhaupt wieder Sticks machen können Genau Ähm Ja, wie gesagt Vierte Folge Ich habe gesehen Manche haben einfach an den ersten zwei Tagen Haben wir schon die sieben Folgen aufgenommen Und sind jetzt schon mega gut equipped Was aber ja nicht unbedingt so schlimm ist Weil die werden jetzt die ganze Woche nichts spielen Und Ich spiele das halt immer so einen Tag Bis zwei vorher Einfach Hallo Also jetzt Einfach damit Ähm Damit ich ein bisschen aktueller bin halt immer Beziehungsweise dann seht ihr es auch ein bisschen aktueller Kuckett Kau Niceer Fortschritt Kann man mit dem hier irgendwas machen? Ne Okay Ähm Ist eigentlich auch egal Wir machen jetzt erstmal kurz wieder Sticks Genau Und jetzt müssen wir noch kurz auf ein Eisen warten Und dann bauen wir hier Und erstmal so ein kleines Häuschen Wird sicher Cute So eine Axt Wir haben auch so viele Eile zu müssen Okay Ja dann Ruhen wir jetzt hier erstmal ein bisschen Oder? Das ist Birke Ich glaube Birke brauchen wir nicht oder? Ich würde gerne Fichte haben Weil ich ähm Weiß leider nicht ganz genau Wo das wir Fichte Äh Von wo das wir Fichte bekommen Ah doch dort oben steht ja eine Lol Ja okay dann gehen wir kurz hin Und wie gesagt das ist natürlich gut für mich Dann kann ich wenn ich jetzt die Folgen so ein bisschen schneide Klar nicht krass schneiden Aber einfach mal so ein bisschen Wenn ich lange Zeit nichts labere oder so Wenn ich zum Beispiel irgendwie irgendwo hinlaufe Dann schneide ich halt nichts Und dann ähm Kann ich das so ein bisschen rausschneiden Das heißt ich kann ja länger spielen Diesen Friedhof müssen wir auf jeden Fall mal abklappern Aber jetzt Ist glaube ich nur dieser Zeitpunkt Dafür brauchen wir erstmal noch ein bisschen Rüstung und so Weil sonst werden wir einfach direkt sterben Ich meine da haben wir gesehen In der ersten Folge Check die aus Da sind wir direkt gestorben Das war ja so Warte mal wer war das Neil Hat so gesagt In der auch mal anders Folge Hat er halt so gesagt Ja guck mal in den Chat Dann hat er einfach Er hat einfach gelacht alter Ich will mich gemobbt von dir Oh lol Ja seht ihr Alter die haben da schon eine richtige Burg gebaut Okay zum Glück sind wir nicht hier oben Das wäre ein bisschen kritisch Ich will da aber jetzt Oh ich hätte eine Idee Ich könnte die einfach so pranken Also mit pranken Man ich einfach irgendwas da hinbauen Oh oh Okay es leckt Trotzdem immer noch irgendwie ein bisschen Wollen dann eigentlich nur kurz diesen Fichtenbaum Damit wir ein paar Saplings bekommen Weil ich finde Fichte ist ein sehr geiles Holz Und halt Ja Genau Mehr nicht Deswegen wollte ich das jetzt halt da haben Und deswegen sind wir jetzt hier hochgeklettert Und alter muss ich jetzt hier ernsthaft Hier noch hoch Bauen Ja so Jetzt warten wir hier kurz bis alles hier Die ganzen Blätter hier so ein bisschen kaputt sind Beziehungsweise einfach bis wir ein paar Saplings haben Die haben so wie gar keinen Platz Tomatoes Blueberries Ich bin ja gespannt was das Äh Was es dann Bringt Also Warte mal Wir können ja hier kurz Blueberry Blue Alter What Es gibt ja so viel Zeugs Alter krass Ähm Was ist das denn Oh mein Gott man kann so viel machen Okay Blueberry Okay es gibt Blaubehren halt Dann gibt es Blaubehren Lemonade Alles klar Digga Es gibt Blaubehren Ice Cream Okay es gibt Natürlich den Blaubehren Bursch macht noch Sinn Ähm Krass Ey es gibt halt so viel Scheiße um ehrlich zu sein Von diesem Mod Das ist nicht normal So haben wir es hier Oh Alter ich wäre ja fast runter gefallen Hab es gar nicht gecheckt Okay Kann ich mich auch noch aufsammeln Ah ja okay Ja wir haben jetzt vier Fünf sogar Komm wir setzen hier wieder eine Fällt es nicht auf Nein komm scheiß drauf Was ist das meine Meine Fichten Zeugs Soll ich ein MLG wagen Oh Gott ich wäre fast schon drunter gesprungen Ich glaube Warte wir können ja da drüber springen Pfff Ich wusste es irgendwie Dass ich verkacke Aber Es liegt am Lecken Ja ja Leute So schwebt hier ein Block Das Ding ist glaube auch da oben Liebt da Always Crafter Und seine ganze Gang Und ich glaube die haben eben Diesen Friedhof hier schon gelootet Von daher hat es hier glaube ich Sowieso nichts mehr für uns So cool Ich muss noch mal Dich kurz töten Weil ich brauche noch mal Essen Zu asozial Aber ich muss halt Alter was ist denn los mit dir So Kannst nicht mal mehr mitnehmen Also Ich brauche den nicht Lemon Also Zitrone Gibt es hier auch noch Copper Ja Diorid Wie was brauche ich Ich habe nur Leder bekommen Geil Gibst du mir Essen Es leckt auch nur minimal gerade Ich weiß nicht wieso Eigentlich Weil ich bin ja gerade der einzige Typ auf dem Server Boah Und das hier brauchen wir auch nicht oder Ja ich bin gerade der einzige Ich sehe es jetzt Ich bin der einzige Aber wieder mit schlechter Verbindung Er kennt mein WLAN Oder Okay Ja wir setzen die einfach hier mal kurz alle hin Dann können wir die ja dann abbauen Oh da ist auch eine Biene Habt ihr die gesehen hier Hallo Okay Aber ich habe auf jeden Fall vor so ein kleines Feines Häuschen zu bauen Nichts großes Sondern wir wirklich so klein aber fein halt Ja und für das machen wir jetzt hier erstmal noch ein paar Treppen Und ja dann halt auch noch ein paar Stufen Keine Ahnung was das hier wird irgendwie Aber naja egal wir werden es sehen Ich brauche noch ein Eichensetzling Den platziere ich auch hier nochmal kurz Ähm Ja aber mit dem können wir halt so nice kleine Fenster machen Warte mal So Zack Dann hier Dann haben wir so kleine Ja wie sagt man dem Kugelöcher Ja sieht eigentlich nicht mehr so schlecht aus ne Naja Wir können die Wand halt natürlich auch noch so ein bisschen Dreidimensionaler gestalten Ja okay das ist jetzt hier nicht so praktisch aber Zum Beispiel hier unten Können wir machen dass hier zum Beispiel mal so ein Ding fehlt Und dann zum Beispiel Hier nochmal Ach aber das connectet dann Gibt es nicht so Ach man Oh Kann man das nicht irgendwie ändern Ist das nicht mehr connected Och man das ist jetzt natürlich doof Geil dann bauen wir hier einfach so ein Block hin Perfekt Sieht wunderschön aus Ähm Genau das ist so ein bisschen das Ding Ich baue jetzt hier einfach erstmal ganz kurz hier mal hier Der Eingang So dann bauen wir hier nochmal das Das same So ein bisschen Zumindest Ähm Genau dann machen wir hier einfach mal das andere Fenster hier vorne dann ist das auch wieder so ein bisschen Ja Es sollte halt wirklich runtergekommen aussehen Das ist so mein Ziel Können wir schon machen vielleicht mit so Zu Dingsholz hier halt Diesem Fichtenholz Jetzt machen wir hier so Ja so Treppen mäßig Ich weiß nicht ob es gut aussehen wird Leute Okay Können wir oben jetzt erstmal nochmal eine Reihe durchziehen So Oh hier gibt es richtig viele Seeds Das ist eigentlich Das war Alter das wäre ja voll schlau Okay Ähm Jetzt haben wir die hier mal kurz alle ein So Tomaten Blueberries Diese Keine Ahnung was Regenbogen Farbige Samen halt Okay dann können wir die eigentlich auch bald mal anpflanzen Ja toll jetzt kann ich hier wieder hoch Ähm Ja ne warte wir können zwar erstmal kurz so bauen Okay das wird jetzt eigentlich nicht geplant Ach egal komm wir bauen einfach so ein bisschen Ich hab keine Dings mehr alles klar Äh der Boden Der Boden könnten wir aber aus Holz machen oder Aber aus Stämmen oder Das sieht doch besser aus Oder Ja ja oder Blau machen wir so Okay dann fällen ich noch kurz ein bisschen Bäume hier Und dann wird es wahrscheinlich dann auch bald mal wieder Nacht Und dann wird es wahrscheinlich schön ok warte wir machen jetzt einfach mal noch ganz normale werkzeuge warte mal so für eine hacke und dann noch dieses einte eisen für eine schaufel genau dann haben wir das hier alles so müssen auch unbedingt kurz eine kiste machen warte mal ach komm ich habe hier viel zu viel zeugs okay die kiste genau danke jetzt packen wir einfach mal so ein bisschen alles rein hier wir müssen auf jeden fall dann rausnehmen wenn wir uns ausloggen weil sonst kommt ihr uns einfach alles looten das wäre nicht sogar auch irgendwie so leckt das denn meine diese löcher hier jetzt gerade will wenn man so ein bisschen viele sachen ab oder so direkt das übertrieben gerade geht das holz brauchen wir jetzt allerdings kommt genau die eichenstämme auf jeden fall genug hier so genau da kommt es auch noch weg ja ich glaube das macht was hin oder also 44 eisen ja moin ich würde sagen wir machen uns kurz vor allem ich brauchen wir denn dafür dass das dann schuhe und noch ein helm nein auch komplett um die zack 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 okay dann müssen wir jetzt hier auf 27 so genau der rest hier wird jetzt verarbeitet und jetzt können wir mit ihm so erstmal eisenbeinschutz dessen helme und habe jetzt gerade zwei helme gemacht ich habe das immer noch jetzt ist weg ja toll das war ja komplett stupid och man wieso bin ich denn so ich habe mich verrechnet halt wie viel brauchen wir jetzt für schuhe brauchen wir vier das weiß ich genau eisenstiefel perfekt okay naja ein kleiner fail aber egal können wir jetzt hier mal noch den vielleicht mit der spitze kenne würde vielleicht helfen machen wir hier mal noch diese ja wandvertiefungsdings so damit das ganze auch wieder ein bisschen mehr abgeranzter aussieht also jetzt ist die Facke natürlich weg umgefallen können wir hier unten mal noch zu machen dann läuft das da vielleicht auch ein bisschen raus also vielleicht auch wenn ich so schlecht hier oben mal noch irgendwas irgendwie so ja aber das sieht dann schon wieder zu viel enorm aus oder also wisst ihr was ich meine ich glaube nicht aber egal ja ok ja doch doch es macht schon was hin ist schon nicht so schlecht unser bisschen hier vielleicht ja einfach hier nochmal oder vielleicht hier auch wieder so einer hinten ja hinten ja hinten lassen wir es erst mal da gucken wir auch nicht hin ok so dann hier die Fackel äh wir brauchen noch ein bisschen Holz ne dann hole ich das nochmal kurz ach man jetzt müssen wir warten bis die diese scheiß bäume gewachsen sind auch gott leute geht also das Eisen ist fertig was können wir denn noch machen komm wir packen einfach mal noch so ein bisschen Bruchstein rein das kann man bestimmt gebrauchen dann wollten wir ja eigentlich einen kleinen Garten anpflanzen aber das haben wir jetzt natürlich ein bisschen verpennt naja was soll's was könnten wir wo ein Stein hat sich übel gelohnt ähm ja komm wir pflanzen jetzt trotzdem mal so ein paar Seeds an hier einfach wir machen erstmal hier so eine kleine Line ähm genau machen wir erstmal so zweispurig dann pflanzen wir hier mal die Colour Seeds dann die Blueberry Seeds dann noch die Tomato Seeds dann hier drüben noch das Zuckerrohr weil das können wir auf jeden Fall auch gebrauchen meine Stimme so und dann hier noch eine also ich muss kurz was trinken Leute dann hier drüben noch ein bisschen und dann hier drüben noch ein bisschen am schweben sind wir sind auch übel lowlife da sehe ich gerade wir sollten unbedingt was essen oh wir hätten sogar Rindfleisch ja man wir können ja kurz unsere Holzspitzheit hier vom Rennen wie lange reicht das? ja doch ich glaube das reicht so wie ein zwei Fleisch äh äh Dings halt ja können wir mal noch dieses letzte Eichenholz hier so ein bisschen oh hat doch nicht so weit gereicht äh naja egal auf jeden Fall haben wir ein bisschen Essen genau danke bauen noch ein neues Wasser ist irgendwie auch voll ruhig hier gar keine Monster oder so aber ich sag besser nicht zu viel weil sonst werden gleich überall irgendwelche Viecher rum chillen aber halt eigentlich gerade mega friedlich hier was ist denn da los? ich weiß auch nicht wird langsam wieder Tag ja der Sonne geht äh die Sonne der Mund geht auf jeden Fall bald mal wieder unter okay auf jeden Fall habe ich jetzt noch ein bisschen mehr Holz geholt weil ja wir brauchen noch ein bisschen Holz und auch dann für die Decke hier ähm jetzt ich mir auch gerade überlege wollen wir die Decke einfach hier bauen aber dann fällt die halt so richtig auf den Kopf dann wäre es überall so aber das macht doch auch oder hier ein Slap mit Slaps irgendwie mit Fischenholz Slaps ich glaube das machen wir so warte mal können wir hier kurz genau crap loll mit diesen dann würden wir das hier so machen dann ist die Decke nicht zu hoch aber auch nicht unbedingt zu niedrig dass man direkt äh den Kopf anballert und ja jetzt haben wir keine Fackeln mehr wir platzieren die einfach mal hier jetzt wollte ich ein Lager voll craften aber für das brauchen wir erstmal noch mehr Holz vielleicht können wir aber Birkenholz nehmen wir fällen hier einfach gerade den ganzen Baum das passt so dann mach man das glaube ich so ich brauche mehr Sticks hm ach man ok warte mal so mach Sticks drei so dann doch die Sticks oben drüber und dann hier Kohle genau ein Lagerfeuer ok jetzt müssen wir dann gucken wo wollen wir den Ofen platzieren eigentlich schon hier eigentlich direkt nebenan oder dann hier so ein Rohr nach oben und dann wäre ja dann hier die Slap dann könnten wir hier das Feuer platzieren genau weil das sollte auch so ein bisschen raus rauchen ok genau dann können wir so ein Slap platzieren und dann hier halt achso ne warte scheiße nein ich habe es falsch gebaut was bekommen wir da zurück bekommen wir irgendwas zurück wir haben gar nichts zurück bekommen alles klar Digga ach doch Kohle nice ach man hallo Crafting es leckt wieder komplett achso wir brauchen nochmal ein neues Holz alles klar aber wir können hier kurz einen Zaun machen äh geht das nicht ah doch genau dann ähm hier zwei Dingens genau und dann wäre ja hier kommt ja das ganze der ganze Boden rein das geht aber so eins weiter hier in den Stein ich kann euch das hier nochmal ein bisschen besser zeigen äh achso genau das wäre dann würde dann halt irgendwie so aussehen sie ist halt ein bisschen komisch aus aber egal oh ich sollte hier vielleicht nicht drüber rennen sind die schon ein bisschen gewachsen ne tatsächlich alles noch nix toll ähm ja wir bauen uns hier einfach kurz hoch genau dann haben wir hier können wir dann das Lagerfeuer platzieren und ich weiß gar nicht gibt's hier warte mal äh Bruchstein gibt's hier vertikal alter ja es juckt mich aber nicht ähm ich frag mich halt gerade gibt's hier genau so solche die halt aufgestellt sind wisst ihr was ich meine die so eine Wand halt sind irgendwie gibt's jetzt nichts irgendwas mit Bruchstein hier wäre so ein bisschen was dieser hier vertical slab wie macht man denn den zum Beispiel hier kann ich das nicht nachgucken hä warte mal muss ich das im Crafting machen so ich würde gerne das hier hä geht das nicht ach man gibt's hier vielleicht gibt's hier überhaupt ein slab ein vertikal ah ja hier ok Conquest Reforge wieso kann ich mir das nicht angucken was soll das denn es gibt ja sowieso viel zu viel naja egal dann machen wir's einfach ganz klassisch weil ich's sonst nicht checke ok dann müsst ihr euch vorstellen das hier ist das Lagerfeuer und dann bauen wir jetzt einfach das hier so ein bisschen rund herum beziehungsweise ich glaube wir machen das so oder ne ne das ist auch scheiße wir machen einfach so so das ist auch eine Biene die kann eigentlich meine Sachen hier mal kurz so ein bisschen beschreiben funktioniert das eigentlich machen das Bienen dass das dann schneller wächst also die sind schon 14% die zum Teil hier die Blaubeeren nicht schlecht ok jetzt haben wir wieder Licht was wollten wir oh Gott oh mein Gott bin ich erschrocken was wollten wir denn mit Licht machen ach ja genau die Bäume sollten jetzt dann wachsen aber das ganze wird halt in der nächsten Folge so ein bisschen geschehen genau ich fälle jetzt hier noch kurz so oder ich baue jetzt einfach mal noch so einen Block raus damit wir einfach nochmal ein Lagerfeuer machen können da bin ich gespannt wer ich hier auf jeden Fall ob vielleicht jemand hier unter der Woche beziehungsweise heute oder morgen dieses Haus hier antreffen wird und wahrscheinlich auch alles zerstört nice ne ne ich glaube ganz ehrlich ich glaube im Moment sind auch alle miteinander gechillt bis irgendwas halt passiert dass die anderen abfuckt und dann ja geht hier die ist hier die Hölle los sag's wie es ist naja ich bin auf jeden Fall gespannt wie das hier das ganze hier werden wird ja das hier ist auf jeden Fall jetzt unser kleines Häuschen nehme ich jetzt mal noch so ein bisschen das wertvolle Zeugs hier raus keine Ahnung das hier können wir eigentlich drin lassen ach komm wir nehmen noch alles was noch geht ja ist hier noch was drin auf jeden Fall oh ja fleisch ähm wow was machen wir mit dem warte mal schmeißen wir den Rest hier das können wir essen so dann den Stack kommt hier rein und das Fleisch behalten wir ok Leute wenn es euch gefallen hat lasst ein Like und ein Abo da schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei sind auch immer ganz coole Folgen ja bleibt am Start bis zum nächsten mal Leute ciao